so dann mal los noch mal rushen also ja aber macht doch vielleicht also irgendwas was zusammen ankommt weißt du siebenpool ist schlecht koordiniert sag ich mal mit anderen rushes finde ich ja roach rush zum beispiel roaches also erst mal wissen was hier was ist oder ich hab mich von an genau also ich weiß nicht wer roaches baut bitte nicht so ich hoffe du zerrt kannst du ein bisschen ärger machen aber eigentlich da musst du nur ja gerade genau das gegenteil gesagt ich fände es eigentlich gut wenn wir so alle gemeinsam ankommen früh aber alle zusammen weißt du natürlich nicht druck ist klar ja dann machen wir berserk und ehh greens wegen drei zu anrufen das ist aber schlecht also ja klar so nicht genügend Mineralien hier ist er mal erstaunen? ich nicht dann geht Bio scouten Bio gehen immer scouten oh was haben wir denn hier? ja krass ja vier Arbeiten haben wir acht auf fünf für den ja ja schon gut alle gut wo ist die andere Probe? nicht passen wird passend gemacht WBF Einsatzbereit da kommt die Probe wieder kommt wieder der krassi hat der noch einen Pylon gesetzt? ich bruch das nochmal auf jeden fall dran bleibt man ja wird es immer wieder probieren die sind meistens unverbesserlich oh da ist ein Gate hier ja 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 wir hatten ein Gate und keinen Rush mehr auf jeden Fall oh fuck WBF Einsatzbereit nicht genügend Mineralien 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 dann bau was wir können fast los wir haben fast 5,5 durchgeführt wow 4,5 4,5 für welcher Seite wollte zur roten ähm ja hier halt durchgeladen nicht genügend Mineralien nicht genügend Mineralien schlechte Neuigkeiten Wollen wir oder waren wir? äh ja ja doch Attacke schon Deckminuten können wir brauchen Gelddaten ja furcht auf mit dem Verwerber nicht genügend nicht genügend weiter 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 nicht da ewig rum fängen unten sind schon wieder neue Marines oh guck mal was da unten ist loser vorgeht von dem Typen wahrscheinlich da unten steht wieder Nachschieb mh Abmarsch bereit bereit machen Jungs bloß zum nächsten warte das was da raus kommt abwarten und dann zum nächsten die Units die da gleich ist den ION kommen die kaufe ich mir auf wenige ah ja Ah das tut mir einer aber die wollten auch Dick pushen was wichtig hat Schlechte Neugier unsere Verbündeten werden angegriffen Die Die sechs sind nur noch ein bisschen braun genau Genau. Müssen wir zusammen, zusammen oder gehen? Ja. Wir sind zu weit auseinander. Müssen mehr zusammen bleiben. Ja, der hat den Zug ist los. Ja, der hat den Zug ist los. Ja, der hat den Zug ist los. Ich muss da unten nicht gar an dem Eingang ewig rumschießen. Ich komme, ich komme. Ich mach auch mal runter. Wir haben völlig ballern, Sir. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir sind. Jetzt geht's rund. Nicht genügend Mineralien. Hier kann ich nicht bauen. Nur zu. BBS bereit. Kann einer von euch auf Aufklärung gehen? Auf was? Auf Aufklärung. Ja. Boah. Ja, ich brauche mal so. Eigentlich ist das nicht nötig, wenn man so viel zurück macht. Ideale. Wir haben noch einen langen Eingang. Und die Basis unserer Verbündeten nicht werden angegriffen. BBS bereit. Gibt nochmal alle Units zusammen. Gibt nochmal alle Units zusammen. In der O3. Ja, kann sein, jetzt hat sich das nicht zusammen gemacht, oder? Ey, guck mal hinten, der Marine drauf. Oh, neue Benlinger. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Oh, neue Benlinger. 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 Oh, kleine Benlinger. Nein, nach dem ganze Habe dieser Manger. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Aber sicher! Abmarsch bereit! Worauf soll ich ballern, Sir? BBF einsatzbereit! Hier komm ich! Geht ab! Wir werden wieder Bandy übernommen. Reddlo! Ihr könnt hier etwas Hilfe gebrauchen! Wir lassen die Welt ab! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Was liegt da? Abmarsch bereit! Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen! Jupp! Wappen! BBF bereit! Nur zu! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Lass uns mal zu den Echsen gehen auf der anderen Seite. Freu mich schon drauf! Ob man mit allen Einheiten hier wieder gesammelt hat auf die... Auf die Anhöhe über das Herg. Da hin! Ja genau, das Herg nervt am meisten. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja! Über die Echse von dem Zerg! BBF einsatzbereit! Echse vom Zerg? Lass doch die Mähnen vom Zerg töten! Guck mal gerade! Unsere Verbündeten werden angegriffen. So jetzt kann auch keine Leger erbauen. So jetzt kann auch keine Leger erbauen. So jetzt kann auch keine Leger erbauen. Bereitsmachen, Jungs! Losgeladen und entsichert! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Dann komm! Losgeladen und entsichert! Nur der Lina ist noch drin. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Verklicht. Da drüben steht noch was. Ja, der ist noch drin. 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 Unsere Verbündeten werden angegriffen. Geht auf! Erweiterung fertiggestellt. Graffi, der erkennt das schon mal drin. Der guckt sich das noch an, oder was? Da drüben steht noch was. Der sich ne Gold genommen, oder was? Irgendeine Scheiße. Und denkt, der kann noch gewinnen mit 50.000 Gäns. Ja, das ist der andere. Ich hab's geart. Wir finden mal so eine Scheiße. Lass uns zu Listen. Drei Kolosse Drei Kolosse Vier Kolosse Unsere Verbündeten werden angegriffen Ich kann nicht weiter Game Ended Repray Safe Sehr schön Platinsaison Yay Erster Mal gucken Wieder 20 Drohnen Ich scheine bei so einem Marine Rush immer genau 20 Drohnen zu bauen Jetzt auch mal auch schon Das ist ja super 20 Drohnen beim Marine Rush Hab ich Drohnen gesagt Scheiße Und das Schöne ist ich hab 134 Einheiten gebaut Das heißt also 114 Marien Bin ich relativ gut Ja der Diamant Spieler war nicht so krassi Team Diamant also Bronze Also wenn wir im Scouting zu früh oder zu spät gestartet hätten Hätten wir vielleicht noch nicht zu früh gehabt Obwohl er hatte Pfeil und so weit weg gesetzt irgendwie Wir haben doch dann so schnell Marines Ja 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 Boah Ja Diese Karte Die ist ja für Protos natürlich Game Started Nochmal so oder was? Hä? Nochmal so? Oder wie? Ne Diese Entfernung in der Basis ist ja so weit weg Der Protos hat keine Chance Ja ich meine ob wir nochmal so Zum Rush machen Ja ja aber das ist so weit weg Wir haben echt Probleme Wurde loslaufen Ja 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 also ich muss eigentlich Proxy bauen Können wir von mir aus auch Komm ich mach auch mal Proxy Wir können genau in der Mitte irgendwie Ja Da so äh An diesen Rockstar weißt du Da läuft Läuft keiner vorbei Aber wenn der Zerg dich so schnell bewegt Dann haben wir also sowas Problem Ja man muss einfach äh die Linie von Beispielsweise von diesem rechten oberen Eingang Mitte ne Unter der Linie muss man sein Ja Dann ist man doch eigentlich sicher Quasi die Echse oder? Ganz recht oder was? Äh die Echse kann man auch ja Oder halt einfach da an diesen Steinen Weil man sollte außerhalb der Watchtower sein Letztend zielen Wo sind denn hier die Tower? Sieht man jetzt gar nicht auf dieser Die sind da wo die Mauern aufhören quasi Die Steine Ach ja ja stimmt genau Also wo gehen wir eigentlich? Mach dir schnell ein Ding auf die Karte Ja ich würde sagen bei so einer Echse schon richtig ne Also Wenn du rechts siehst ne Rechts Unterhalb von der oberen Basis Sind ja die zwei Echsen Die blauen Mhm Und davon die untere ne Da würde ich sagen Gibt es keine Steine im Eingang? Bitte? Ist der Eingang frei ne? Ja Gut Äh ist er doch oder? Ja Die sind beide Weil du bist ne? Das Licht an Zu Beginn auf jeden Fall schon Ja wenn ihr ein Arbeiter loshegt Markiert den Turm einmal kurz Dass ihr seht wo der Radium ist Also rechts hinten oder so Ja entweder da oder da Ich lof jetzt nach links Ich lof jetzt nach links Also links Da Ja Ja das ist Den hier Watchtower Ja Er ist auf den ihrer Seite Nicht genügend Mineralien Das dumme ist ja der Eingang ist das komplett offen Also wenn der Zerk auf irgendein dumme Idee kommt BBS bereit ACV zu früh losgeschickt Das ist nicht gut Schlechte Neugarten? Nicht genügend Mineralien BBS einsatzbereit Juhu Überstunden Äh Ja mit Terra weiß ich auch nicht immer ein gut Proxysort Weil man muss auf das Depot warten Und man braucht zwei ACV zur Kasernen Scheiße Da sagst du was Bei ACVs online Was tue ich Ich hab schon Oh man Egal Passt schon Dafür dann halt drei Und dann ein bisschen später Oh in der Mitte ist was Da kommt ein Overlord Ja ja Aber gut Nicht in der 1 Nicht in der 1 BBF bereit Oh der hat einen Overlord da ne Schau mal Der sieht alles Ja Scheiße Ja aber gut wir sind jetzt zweit eigentlich Was nicht passen wird passen gemacht Also ich produziere schon Meine Dinge sind unter sich Hier oben gab es noch ein Overlord genau Geh ne der unten hat Hecker Hehehe 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 Und entsichert Meine gute Liebste Läge Und hier aus Jawoll Upgrade Durchgeführt Los 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 Unsere Verbündeten werden angegriffen Oh 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 In den Bunker in den Bunker Das macht nicht Los 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 Findet seine Faserne Oh 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 unsere Verbündeten werden angegriffen ok alles hier erwischt unsere Verbündeten werden angegriffen unsere Verbündeten werden angegriffen an benötige weitere Depots what the fuck benötige weitere Depots benötige weitere Depots wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen unsere Verbündeten werden angegriffen unsere Verbündeten werden angegriffen der Bunker ist leer Bunker ist leer hallo Bunker ja ich habe mich begreifen geschickt weil der Bunker in der Nähe ja nichts mehr war also was machen wir jetzt lassen wir die Position nicht weg gehen wir auf die andere Seite ja das ist nicht so einfach das sind eine Menge Roaches hier der Pferd hat alle Arbeiter verloren ja die machen jetzt die machen jetzt das Proxyplot die machen jetzt das Proxyplot ok ja baut Hause wieder auf unsere Verbündeten werden angegriffen unsere Verbündeten werden angegriffen ähm baut Sunker ja tauchen ja baut Sunker tauchen ja nicht genügend Mineralien bbf einsatzbereit nicht genügend bbf einsatzbereit 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 Und trotzdem mal, bevor es fliege geht. Ich mach den Schreiben. Ja, egal, aber. Der hat gescannt. Okay, jetzt können wir weitermachen. Greifen wir alle zusammen nochmal weiter? So, jetzt haben sie es. Ja, wo ist es? Na gut, okay, es war Gold. Ja, Proxy als Terra, ne? Hab ich wirklich schon ewig nicht mehr gemacht. Und nicht dran gedacht, dass eine S wieder irgendwie nicht reicht, ne? Scheiße. Wir hätten noch ein bisschen links nach... Links unten nach... Also... Also... Game started. So, und diesmal? Proxy besser? Als letztes Mal? Also ich dachte vielleicht noch ein bisschen nach links, weil der Overlord wahrscheinlich geht jetzt gerade aus. Das kommt immer drauf an, wo er ihn hinschickt, ne? Ja. Das stimmt schon ein bisschen mehr in die Ecke. Hm. Ich hätte noch mal Bock auf Proxy. Ich weiß nicht, wie so es euch ist. Ja, jetzt haben wir ja Plan. Ob du musst den Arbeiter so losschicken, den ersten, wenn du dein Depot anfängst. Okay. Und den zweiten dann ungefähr, wenn es fertig wird. Ich habe letztes Mal Depot fertig gemacht und dann mit drei SUVs los, als es fertig war. Konnte ich auch direkt drei bauen. Glaube ich. Ja, dann ist es doch schon... Dann hast du doch dein Orbitals später und so weiter. Ja. Ist halt so. Da braucht es die, ne? Ja, aber du produzierst ja auch noch nicht. Obwohl du schon produzieren könntest. Aus der ersten... Also eigentlich ist es schon weg. Wie gesagt, Proxy, das kann ich nicht. Hm. Ich schick mal jetzt los. Bisschen früh, aber... Ja, ich muss schon sagen. Lieber zu früh als zu spät. Ich bin schon zu spät wegen dem Fall. Ja, du musst eigentlich sofort los, ja. Schlechte Neuigkeiten? Wird ja Macht. BWF bereit. Geil. Und dich jetzt? Also noch ein bisschen mehr in der Ecke. Also eigentlich, ich muss direkt eins schicken. Von mir aus. Also das ist perfekt jetzt hier. Depot fertig ist wieder. Ja, weil ich bin schon zu halbloggen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Oh, jetzt haben wir alle Gebäude. Schlechte Neuigkeiten. Schlechte Neuigkeiten? Ja. Also ich glaube, diesmal habe ich es vorhin nicht gemacht. Oh, da ist ein Overlord. Warum passiert das? Die schickt dir seine Overlords rum. Keine Ahnung. Das kann nicht wahr sein. Okay, ich habe meine Säle. Die machen wir hin. Wann geht es los? Okay, jetzt gleich. Die haben es geäußert. Macht den Overlord kaputt. Was ist denn los? Durchbläht der den Overlord. Ah, Jungs. Aber sicher. Komm, geh mal. Ja, komm mit mal. Nicht. Jetzt geht's los. Lass mich vorne. Los, los, los. Oh, der hat... Nein, 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 nein. Jetzt geht's rein. Lass mal rein. Los, geh an. Los, endlich. Los, los, los. Super. Aufpassen, er hat einen Bunker da oben. Unsere Verbundeten werden angegriffen. Klingt, du hast noch zwei am Eingang. Atmarschwerden. Bereitsmachen, Jungs. Okay, das erste ist erledigt. Auf zum nächsten. Kommt ihr? Hm. Nee. Ja, jetzt stirbt er sowieso. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Unsere Verbundeten werden angegriffen. Sag mal, schick ich mir das Ganze an meine Marines hier. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Unsere Verbundeten werden angegriffen. Egal, der hat noch unsere Wende hier. Egal, wir haben noch Fälle hier. Aber diese Bunker hier am Anfang Theme. Junge von Ultron. Ja. Oh, 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 aufpassen. Oh Gott, wir sind zusammen geworden. Ach, scheiße. Wo seid ihr denn? Oh, in der Anfang. Also, wollen wir mal zusammen die Buker hier drücken, oder sind die uns egal? Wir könnten. Die GGC? Guck mal, wir haben genug Marines, glaube ich. Warum, weil die Punkaufgabe... Ja, komm, das bringt ja gar nichts. Nicht die Punkaufgabe, das bringt nichts. Warum nicht? Was bringt uns das denn? Dann ist die Produktion kaputt und dem... Guck mal, er kann nicht reparieren, vielleicht. Oh, und da kommen die Roaches. Krass, er kann doch nichts produzieren, wenn er nichts abbaut. Äh, stimmt. Es ist nur Verschwendung. Ja. Ähm, die Roaches machen uns hier kaputt, gerade. Ich hab nichts mehr, ich hab alles gemacht. Wir müssen uns weiter oben drücken. Die Roaches kommen uns so entgegen. Ja, nochmal gegen die Kugel. Die Roaches machen alles kaputt. Abmarsch-Bereich. Richtig auf, die irgendwo Expansions oder so haben. Wir müssen ja so unsere Proxy hier retten. Guck mal, die Roaches. Nee, warum? Unsere Verbündeten wird angegriffen. Ja, nehmt den Barrex raus. Ja, nehmt den Barrex raus. Wird angegriffen. BBF bereit. Oh, warte, die Geld. Nicht Basis wird angegriffen. Nicht genügend Mineralien. BBF einsatzbereit. Wann Wichtiert? Unsere Verbünde nicht genügend Energie. Upgrade durchgeführt. BBF bereit. Oh, gleich. Die Tees. Warten. Warten. Oh, heigen. Schlechte Neuigkeiten. Nicht unsere Verbündeten werden angegriffen. BBF einsatzbereit. Wir trauen nicht. BBF bereit. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. BBF einsatzbereit. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. BBF einsatzbereit. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. BBF einsatzbereit. BBF einsatzbereit. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. BBF einsatzbereit. BBF einsatzbereit. Wir brauchen unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir brauchen weitere Depots. Wir brauchen weitere Depots. Wir brauchen weitere Depots. Zack. Also. Wartensich geht's. ich mag nicht genügend energie die steine weg bei der gold bin ich allein warte doch auf uns nicht kommen wir kommen zusammen ja ich komme ja ich bin ja ja ich komme ja ich habe jetzt einen gang noch nicht laufen weg ja ich habe jetzt auch wieder genau da unten die exe kommen wir greifen die ex an und die da unten noch kämpft jetzt kommen sie ich habe auch noch einen geschehen jetzt kommen sie wieder da drüben die nächstes auch noch da sind die dies wieder dabei ich habe kein stelle ich baue jetzt rum bereit machen jungs unsere verbündeten werden angegriffen benötige weitere hier kommt noch mal mit zu der exe ja mai kommst auch mit ja der exe und das war zerk exe ich habe und zu der extra ja nicht reingehen nicht reingehen unten alle exen platt machen wo ja da oben die gold exe unterwegs wenn wir einfach keine exen lassen dann gewinnen wir wir müssen da mal zusammengreifen bbf einsatzbereit bbf bereit hier kann ich nicht bauen unsere verbündeten werden angegriffen bbf einsatzbereit jetzt geht's rund auch die tiefe meiner wahn Das ist ja auch nix. Noch ein Scan. Warte, warte, warte. Jetzt Scan. Scan. Ach, mein Rallye-Freund. Kein Wunder, warum ich kein Armee grauen hatte. Los, los, los! Gleich knallt. Oh Mist, Fange. Hm. Warte, warte, ich hab's verloren. Ja, ich hab's wieder mal. Boah. Lassen wir's krachen. Brauchst du mal die Medaille? Gerne, immer zu. Ja, ich hab's nicht wieder ab. Warte mal schnell warten. Abmarsch bereit. Unsere Verbündeten, Generalienfeld, erschöpft. Oh, es geht los. Sie sind der Boss. Was nicht passen wird, passen Sie an Wicht an. Du musst sie alles alleine machen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh, scheiß, ich hab getopst, stimmt. E-BF bereit. Warte, du bist ein B-Wicht. Und, ich hab's nicht mehr aufgelöst. Warte, du sind nicht mehr aufgelöst. Warte, du bist ein B-Wicht. Warte, du bist ein B-Wicht. Warum nicht? Bereit machen, Jungs! Kaboom, Baby! Braucht er gar? Okay. Jetzt nicht mehr. Replay saved. Ähm, ich höre auf. Ich muss noch was anderes machen. Alles klar. Spaß noch. Alles klar, ciao. Wart mal so schön dabei waren. Ja. Gestern haben wir alles verloren. Gestern? Ja, war ich auch nicht da. Und wir waren alle ein bisschen eine Liga-Höhe. So ein bisschen Vegeta haben. So, such nach Match. Hä? TGGT. Ach, ich bin hier der... Sag das doch. Danke schön! Die sind noch nicht platziert, ne? Game started. Ich glaube nicht. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. An ihm Berg? Ich fass zwar in Ordnung. Und eventuell, Problem ist, die Echsen gerne spielen. BBF Einsatzbereit. Ah, ja, stimmt. Also, ich spiele mal normal. Ich hätte fast versucht, ein frisches Exit. BBF bereit. Dann machen wir das. Das ist eigentlich nicht nötig. Ich nehme eine hier. Die können ja fliegen. Na gut. Dann verteidige ich da nur für eine Exe. Ja. BBF Einsatzbereit. Da kommen was zu uns. Overlord. Da ist ein Pferd. Ja, aber ich bin da schon mal eine Drohne. Wo bleibt die Exe? Ja, doch. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh. Er hat alle... Er hat sich seine Drohne genommen. Und die alle funktionieren ja. Was nicht passend wird, passend gemacht. Was liegt an? Was wichtig ist? BBF bereit. Ihr wollt ja mich nicht kaufen lassen. Ja. Nur zu. Was heißt das? Keine Ahnung. Er wird jetzt nicht wissen, was der macht. Was ist das? Unsere Verbündeten werden angegriffen? Unsere Verbündeten werden angegriffen? BBF Einsatzbereit. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Pool war fertig. Ja, dann habe ich auch ein Problem. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Los, los, los! Boah, Haegnirsch! Ja, wir müssen noch was nach der Einbahn, über die Einbahn zu verteidigen. Nicht genügend Mineralien. Durchgeladen und entsichert. BBF Einsatzbereit. Verstanden. Kommt noch was? Nicht genügend Energie. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. BBF Einsatzbereit. Ja, wo bleibt er mit dem Tärkling? Oh, so, doch, so. Nicht genügend Mineralien. BBF bereit. Nicht genügend Mineralien. Da ist es nicht. War nicht von bei sehr sonderbaren Sachen. So zu, BBF bereit. Durchgeladen und entsichert. Was? 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 Hat Licht an. BBF Einsatzbereit. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. BBF bereit. Was? 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 Du hast mich nicht genügend. Ja, den habe ich ein bisschen viel gesetzt. Was liegt an? BBF Einsatzbereit. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ach, hör zu! Warten! Boah, die sind ja gemein. Die Basis unserer Verbündigung wird angegriffen. Oh, wo kommen die denn her? Kommen wir auch zu meiner? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das ist in Ladas Passe. Unsere WBFs werden angegriffen. Unsere WBFs werden angegriffen. Jetzt macht der Klärger alle fertig oder was? Ja. Oh, in meiner Main steht auch noch Zertling. Oh, jetzt ist es okay. Ja, ich habe einen Blinkbein hier oben. Die Basis unserer Verbündeten wird nicht genügend. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, deswegen ist man eigentlich nur... ...dennächstes Verteiligen. Io, kommst du damit hin? Ja, ich glaube. Oder, ach, oben sind wir auch nicht dran. Komm, weiter, 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 weiter. Jetzt wird es angegriffen. Jetzt wird es angegriffen. Nein! Verstand! Kauf Sie! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Hier, bei deiner Exa. Ja. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. zum Clip abheben. WBF bereit! Hier sind der Bus! Von mir aus! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. WBF Einsatz bereit! Wie stehen wir? Wie stehen wir? Können wir jetzt runter? Hä? Ich gehe nicht. Ja. Was nicht passt, wird passend gemacht! WBF bereit! Schlechte Neuigkeiten? Gut! Was? Was ist das, was ich wirklich verloren habe? Fassbar! Unsere Verbündeten werden angegriffen. WBF Einsatz bereit! Wird ihr Macht! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. WBF Einsatz bereit! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Nein! Das sind viele, richtig! Oh Gott! Die Basis unserer Verbündeten, unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja ok, sie haben verloren. Wieso? Dagegen gibt es deine Marines! Verweiterung fertiggestellt! Du hast deine Ex.. Du hast deine Mainz. Die werden jetzt.. Ja komm! Die werden jetzt.. Ja komm! Die werden jetzt.. Ja komm! Klar, dass die noch mal nicht verloren. Mann, die machen jetzt auch noch fertig. Quatsch! Was? Was ist das? Was ist das? Ja, die haben jetzt.. Diese Eingang? Also ich meine.. Ja, wieso habt ihr das nicht zugemacht? Was? Wieso habt ihr das nicht zugemacht? Wieso habt ihr das nicht zugemacht? Hä? Ohhhh.. Wieso habt ihr das nicht zugemacht? Ja, weil die ganze Bunkers waren oben bei der Ecke und nicht bei der Eingang. Also unser Haupteingang. Die ganze Bunker ist uns bereit. Wir hätten mindestens einen Bunker und bei uns einen Bunker im Vorhinein oder so. Unsere WBFs werden angegriffen. Nicht genug Westpingas. Die ganze Bunker ist schon zugemacht. Ja. Das ist schon so. Was ist das? 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 Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Hier, komm ich! Sag, wenn du mal irgendwo Hilfe brauchst. Ja! Ja! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Da steht ne Echse. Unsere Weiterrunden fertig gestellten. Jo, lass uns zu der Volt erzählen. Schick! Kommt noch was? Was? Schlechte Neuigkeiten? Sicherlich mein Geld. Kann's kaum noch haben. Ich fühlgo noch wie gut, was? نہ. Guck. geht. Ab, du, peelig. scheiße Hilfe allecellenten Musik! Ich geh Blue, zu wie vielen Zyk assignieren wirghнов. Er war ein Affiliate. Upgrade durchgeführt Upgrade durchgeführt Mineralienfeld Da kommen Zerklinge zu deiner Hexer Die Basis unserer Verbündeten und unserer Verbündeten werden angegriffen BBF einsatzbereit Benötig nicht genug Respeam Gas Hier ist der Tor Nicke, bist du noch drin? Nein, der ist auf Ich bin meine Kohle, falls er hat noch was da ist Du hättest mir sonst Kontrolle geben können Bio, machst du das frei und eggst? Ja Aber eigentlich nicht, obwohl ich gerade anreise Wenn ich Kontrolle habe, kann ich mit deinen Geysieren abbauen Ja, du hast Kontrolle Ja, du hast Kontrolle Okay, super Benötige weitere Depots Ah, da müssen wir mal hin, sehr gut Hast du es allein noch, brauchst du Hilfe? Schapping Okay, wäre gut, wenn du oben nochmal mit dem Schatten machen kannst Benötige weitere Depots Benötige weitere Depots Hier ist der Tor BBF einsatzbereit BBF bereit Los, los, los Aber sicher Oh Oh Wir haben Eilersbereit Was ist der BBF? Habt ihr gar nie gedacht? Wir sind noch im Dicken Ja, gar nicht mehr Hier ist der Tor Ganz kaum noch Hier ist der Tor Hier ist der Tor Unsere Ver- Ihre Streitkräfte werden angegriffen BBF bereit Hier komm ich Jupp Unsere Verbindeten werden angegriffen Hier ist der Tor Nicht in Benötige weitere Depots Benötige weitere Depots Unsere Verbündeten werden angegriffen Hier ist der Tor BIO, lass uns mal zusammen angreifen Ja Heldwattverkollekt Unsere Verbündeten werden angegriffen Benötige weitere Depots Unsere Verbündeten werden angegriffen Hier ist der Tor Ich hab gleich Mech 2-2 Oh, Hilfe Komm noch mal ein Stück zurück Ach, das ist überhaupt noch was Geht los, BIO Den Stein und dann hoch Ja Auf Welt durchgeführt Mineralienfeld erschöpft Benötige weitere Depots Benötige weitere Depots Benötige weitere Depots Das ist doch was Auch bevor die Sachen da fertig werden Guck mal Guck mal Ach du, da kommt was Oh Das Flash Damage ist gegen Tore nicht so gut Hey, der eine weiß Terminiert Er hatte noch mehr Hier ist der Tor Ihre Streitkräfte werden angegriffen Boah, zeigen ja schreckt Schick Bereit, kann ich kaum noch, Herr Baum Wenn nötige Beine Hier ist der Tor Komm, komm, durchgeladen Hier ist der Tor Nimm die Ant-X auch noch Angeschlossen Oh, da sind sie wieder rot Oh, das ist jetzt kein Problem Hier ist der Tor Befehle an Arztmarschberg Wir haben noch was Ja, das sollten wir sie auch vernichten hier Sonst Tarek mir und wird rot Losgeladen Bereitmachen, Jungs Oh, da kommt ein bisschen Arbeiter Unsere Verbündeten werden BDF werden angegriffen Unsere Verbündeten werden angegriffen Game fendet Replay saved gold war aber ganz schön anstrengend für gold anderen waren ja auch platin ja gut aber wahrscheinlich hätten die nicht angekommen ich hatte fast die zweite basische anlauf aber gut gewonnen ist gewonnen ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. WBF einsatzbereit. WBF bereit. Nicht genügend Mineralien. So, dann gehe ich doch mal auf BIO. WBF einsatzbereit. Willst du flexpantieren oder eher nicht? Weil wenn nicht... Brauche ich x-pantieren schon. Okay. Erstmal zwei Racks und dann x-pantieren. Wir haben ein Zerg. Nicht genügend Mineralien. WBF einsatzbereit. Noch kein Pool. Schlechte Neuigkeiten? WBF bereit. Was nicht passen wird passend hier machen. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. Wie? WBF einsatzbereit ich habe. Wie? WBF einsatzbereit ich hier. WBF einsatzbereit. Ich habe noch nicht ganz gereicht. Wie? Ich habe noch klar. Wir sind der Bus, WBF einsatzbereit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Durchgeladen und entsichert. Okay, der andere Sack. Was liegt an? Ja, ja. Nur zu! Aber sicher! Ist ja nicht mein Geld! Warten! Jetzt geht's rund! Verstanden! Jo, weißt du, wo der Overload hin ist? Der, der auf unserem Platt war. Ja. Der ist schon geflogen. So schnell! Warte! Ah, da ist noch... Da kommen Zelle, wir klären Zelle mit zwei. Was? Alle sind ja mit zwei. Eine Tower. Fies! Geht nur zu! Nicht genügend Energie. Wir könnten ihr etwas Hilfe hier machen! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nein! Durchgeladen und entsichert. Nicht genügend Mineralien. Ah... Benötige weitere Depots. Wasch! Unsere Verbündeten werden angeweitere Depots. Schick. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ich habe mal eine Quelle in meiner Ecke. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Bei dir in der Basis. Ja, ein Pärkling. Nicht genügend Energie. Hat der Mineralien? Ich habe Mineralien. Kann ich Mut ausbauen. 700 eigentlich. Hier? 700. Kapiert! Du hast was von mir gehört. Ah, ok. Das ist schon mal gut. Ein anfangen. So, den Rest brauche ich aber selber. Kommt wieder länger. Oh, wieder. Jawohl. Jawohl. Sof. Geh, Laufel und entsicher. Mach, O'rin Schick. Dann komm doch wir hier ein Verein. Bei uns. Dann komm doch her. Dann komm doch einfach. Dann komm doch her. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir können hier etwa Schilke gebrauchen. Ach, guck mal. Ah, da hat die Golde. Ich wollte extra angreifen. Oh, da sind beide jede Menge wieder. Keine Wunder, warum das nicht. Okay, du machst das nicht dann. So, flieg weiter. Das bringt nichts da an, wenn man holt. Ja. Wissen wir, was die anderen machen? Weil sie sind so... Ja, Perkling aber auch nicht. War nicht so knapp. Könnte ich mal hier... ...dass Gas gebrauchen können. Waren Sie das nicht. Oh, es geht los. Danke. Keine Wunder. Schieß mich aufs Gebäude. Ach, Linke. Leerboden ist das schon mal gut. Oh, wie viel er ist. Linke. Linke, wir kommen da. Wir brauchen die Hilfe. Ja, bin ja da. Nur die Ruhe. Nicht genug Bespin-Gas. Wah, zeigen wir... Rechte Neu-Kreis? Hier komm ich! Roger! Bereit machen, Jungs! Unsere Verbündeten werden unsere WBF-Forschung abgeschlossen. Nicht genug Bespin-Gas. Wir können, lass uns mal zusammen das angreifen. Die Linke kommen zu dir oben. Aufpassen. Weiter geht's wieder hier. Das ist nicht versteckt. Wah, zeigen ja schreckt! Kapiert! Abmarschbereit! Jetzt geht's rollen! Wir können hier etwas... Unsere Verbündeten werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Unsere WBFs werden angegriffen. sich... Abmarschbereit! Upgrade durchgeführt. So! Es geht los! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Nicht genug Bespin-Gas. Kann's kaum noch... Upgrade durchgeführt. Unsere Verbündeten werden ange... Hier komm ich! Oh, jetzt hab ich meine ganzen... Ist ja nicht mein Geld. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden... Alter, was machen die? Abmarschbereit! Unsere WBFs werden angegriffen. Oh Gott, das ist nicht gut. Hier komm ich! Was haben die mal für Armee? Weil ich hab jetzt nicht... Hydrath, viele Hydrath. Ihr habt Mutters? Hydrath. Hydrath? Die kommen jetzt zu mir und Roaches und Hydrath. Oh Koloss, wie verdammt. Oh Scheiße. Abmarschbereit! Die Overslovers, wir kaputt machen Overschärft. Die Overslovers, wir kaputt machen Overschärft. Was ich hier alles alleine machen? Was ich hier alles alleine machen? Obwohl... Hey wieder... Keine Andere an. Ja. Das ist ja so. Ja gut, warum? Was haben die falsch gemacht? Guter Fremdschaden. Was? Der eine war komplett tot. Ja, die haben nicht aufgebaut, dass die anderen gemacht. Die Drecklinge haben bei uns so viel Schaden gemacht. So war das eher. Weil der da angeblich komplett tot ist. Also das ist alles. Ja, wir haben zu wenig danach gebaut. Wenn du halt noch zum Voters zum Beispiel geflogen wärst, der hat ja gar nichts. Ja, ich hab meine Voters leider verloren, weil der meine Voters erwischt hat mit denen sie raus. Kannst du mal Sommerrad umgucken zu den Dealern? Der hat nichts mehr gehabt. Der wurde ja auch aufgedeckt. Der hatte keine einzige Basis mehr. Ja, du kannst halt viel mehr Schaden machen. Ja, wenn meine Mutter sie verliert gegen sie doch. Ja, du hast so lange da rumgekämpft, dann könnte der natürlich einen Haufen was aufbauen. Aber guck mal, die Sammler für die anderen zwei von Revy mit Lord. Die waren deutlich über uns. Ja, die hatten wahrscheinlich die andere Gold auch noch. Ja, das war das Problem. Die haben fast also schnell expandiert. Haben uns unter Druck gesetzt. Zeig. Zeig. Wir haben ja Geld gesetzt. Wir konnten dann ja nicht so schnell aufbauen wie die anderen. Ja, vielleicht hättest du nur Schaden, dann zu der nächste gehen. Ja. Oh Gott. Proxy. Okay. Game started. Hier? Wo wir gehen fährt. Wo der Gold ist. Ah. Okay. Aber nicht wirklich näher. Ja, dann gehen wir. Doch, weil du kommst direkt an. Bei den ihr am Gold oder was? Ja. Gut, wir haben einen Zerg, wenn wir zu schnell ist. Dann haben wir irgendwann. Ja. 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 computer stellen bbf einsatz bereit BDF bereit! Aha! Was machst du da jetzt? Mach Proxy? Jep! Ach so, ich dachte der Proxy geht! Gut! Aha! Jetzt geht's drüber, ok! Ja, wenn dann richtig! Aber nicht bei denen, der hat's sogar gesehen! Warum gefällt er nicht zu uns? Watton, was wird der andere? Ja, ist ja dein Weg! Weitert! Was liegt an? Schlechte Neuheiten? Ganz große, was nicht passt, wird passend, ihr macht. Was ist wichtig jetzt? Worker, deine Worker arbeiten nicht. Isst die Zwei 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 BBF einsatzbereit. Schlechte Neuigkeiten? Ganz große Glatte. Was liegt an? BBF bereit. Was wichtig? Nur zu. Und nicht fast, wenn fast nicht gemacht. Wow, eigener Schreck. Schlechte Neuigkeiten? Was liegt an? Wunderbar. Was denn? Schlechte Neuigkeiten? Wow, eigener Schreck. Unsere Verbündeten werden angegriffen. BBF einsatzbereit. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Darf sonst noch was? Unsere Verbündeten werden angegriffen. BBF bereit. BBF einsatzbereit. Was wichtig ist? Ich habe BBF einsatzbereit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Verstanden! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Von hier aus! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Abmarschbereich! Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Abmarschbereich! Aus! 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 wei split Da haben wir ihn. Hahaha. Was ist passiert? Der Klinge kam durch, aber haben keinen Schaden gemacht. Oh, sind das nicht alle. Auffassen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Durchgeladen und entsichert. Worauf soll ich ballern, Sir? Juhu. Überstunden. EBS bereit. Juppu. Wunderbar. Warten. Was ist das? Kommt noch weiter. Durchgeladen und entsichert. Rest bleibt. Nein. Warum nicht? Spiel unterbrochen. Was ist los? Telefonieren. Hallo? Ja, okay. Oh man, ich sehe jetzt auch schlecht mit der Ressource. Also ich habe so viele Ressourcen und so viele. Was ist denn da an deiner Main? Hä? Was? Ne, das ist ein BIOS-Main. Was ist da? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nur auf dem Mini-Map. Mhm. Okay, der verliert alles wieder drauf. Ich weiß nicht. Ich bin da. Ja, ich habe zu viele. Ich habe nur zwei Factorys. Das ist ein bisschen. Gut. Ich dachte, du bist Protos. Geh ihn wieder da. Das ist in deiner Main-View. Kannst du das abwehren? Oh. Nein, kann ich nicht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, kann ich nicht bauen. Die Fehler erreichen. Go, go, go. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bälle links. Oh, ja, ja. Verpflichtiert? Aber sicher. Die Basis unserer Verbündeten, unsere BBF. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja, ich bin wieder tot. Was war das? Wir zerklären mal. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K. Aufsie unser Verbündeten wird angegriffen. Aber wir haben verloren, ne? So? Nö, noch nicht. Ich dachte, ihr habt den einen. Ja, wir haben ... Ich hab den einen fertig gemacht. Ich hab den einen fertig gemacht. Ja ... Ja, die Kerkeln kann ich nicht mehr aufhaben. Ich bin bei 0 zu 3. Ja, ich habe auch nicht mehr. Also ich meinte ehrlich gesagt, ich habe zu wenig. Ich habe nicht gemütet. Unsere BWFs werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die BWFs werden angegriffen. Können wir aufhören. Kannst jetzt gleich störteln, aber auf einer Basis kann ich nicht weit kommen. Sehr gut aber. Die BWFs werden angegriffen. Die BWFs werden angegriffen. Game ended. Replay saved. Die BWFs werden angegriffen. Die BWFs werden angegriffen. Die BWFs werden angegriffen. Ja. Okay. Die BWFs werden angegriffen. 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 dann spiel ich doch mal wieder bio ja schließlich auch das bio labo das machen wir irgendwie was wichtiert bbf einsatz bereit WBF bereit. Oh. WBF einsatzbereit. WBF bereit. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. Und einige weitere Depots. Warte. Jo. Aus der Bahn. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. Das sind ausgählen. Weird Bonus. Schlechte Neuigkeiten? Was nicht passt wird passen? Nee, da sind wir. Wir expandieren. Das sind wir. Ach schon. Hä. Ist es einfach? Jetzt bin ich bin ein Bunker daneben gebaut. Das könnte ich trotzdem machen. Braucht du nicht. Jawohl. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Boah, ich hab so schlecht gebraucht. Schlechte Neuigkeiten? Was wichtig ist? Nicht genug Mineralien. B.B.F. Einsatz bereit. B.B.F. bereit. B.B.F. bereit. Abmarsch bereit. Ja. Unsere Verbündeten werden angegriffen. B.B.F. einsatz bereit. Nicht genügend Mineralien. B.B.F. B.B.F. B.F. 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 Erweiterung fertiggestellt. Unsere Verbündeten werden gefährlich. Nicht genügend Energie. Keine Ahnung. Ich bin nicht weit genug vorgedrungen. Ich kann es versuchen. Er ist Terran, er kann es schnell. Ja gut. Tolle aber. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Energie. BBF einsatzbereit. Wir sind bei mir. Es geht los. Oh scheiße. BBF einsatzbereit. Roger. BBF bin bereit. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Erweiterung fertiggestellt. Ja! 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 Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die sollten eigentlich gar nichts fertig sein, oder? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich habe alles verloren. Also, die haben gerade meine zweite Basis mit vollem Programm angegriffen. Also, ja. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Hat jemand ein bisschen Gasöl, dann kann ich nur noch mal die Tür reißen. Jaaa. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Jaaa. 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 Das wird wohl nichts mehr. Das wird wohl nichts mehr. Unsere WBFs und unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Oh, es geht los. Durchgeladen und entsichert. Jetzt geht's rund. Lassen wir es krachen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Jetzt geht's rund. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. 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 Jawoll. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Oh, die haben noch Sterbe. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja, jetzt habe ich meine Gold auf. Und keine Gold. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Abstand ist tot. So. Wie viele Milliarden Eck haben wir jetzt? Die müssen ja immer noch einhalten. Die verlieren gerade alle von mir. Ich frage die Bf. Ich frage die Habe. Ich frage die Bf. Die Bf werde angegriffen. Hier kommt BDS bereit. Der hat kaum noch erwartet. BDS bereit. Nur zu. Warten. Was liegt an? Was nicht? Schlechte Neuigkeiten? Nicht angreifen, nicht angreifen. Was gibt's da oben? Tod und Verderben. Also die haben wirklich expandiert. Ich hab noch Gas, weil sie noch gebraucht. Hat gefragt. Ja, aber das war weg, dass ich jetzt. Die ist so schnell weg. Nochmal bitte. Vielleicht weil Bio das immer bezahlt. Ja, ich hab für Gneudung. Jetzt hab ich den wieder gesagt, oben noch was und selbe. Ja, ich kann nicht dagegen machen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Benötige weitere Depots. Benötige weitere Depots. Erweiterung fertiggestellt. Benötige weitere Depots. Die Basis unserer Verbündeten. Benötige weitere Depots. Unsere Verbündeten werden... Lünnerling aufpassen. Jau. Schlechte Neuigkeiten? Superbar. Basis wird angegriffen. Nicht genügend Mineralien. Ja. Forschung. Benötige weitere Depots. Durchgeladen und... Die Basis wird angegriffen. Kaboom, Baby. Abmarsch bereit. Kommt noch was? Verstanden. Jetzt geht's rund. Hier komm ich. Oh, es geht los! Wissen Sie ungefähr, was die haben? Nein. Ich habe jetzt Greta 2 auf dem Weg, ich kann gleich so was bauen. Der hat glaube ich das Fernsehen. Brauchst du Gas, ich hab Gas. Erst haben wir das Ding kriecher, und dann brauch ich Gas. Oh, Tanks ohne Ende. Oh, Tanks ohne Ende. Ah Gott, ich hab's das vergessen. Die Basis unserer Verbündeten abrankt durchgeführt. Es kann losgehen. Da sind so viele Tanks in Polisse unten. Wir sollen kontern, sonst sind wir tot. Nicht genügend Mineralien. Gleich knallt. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. 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 Ja, ja. Nicht genügend Mineralien. Worauf soll ich Ballast denn? Was gibt's denn? Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Nicht genügend Mineralien. Los geladen und entsichern. Oh, es geht los. Kann ich durchlaut wollen und hab' kein Geld mehr. Ich kann dir Geld geben, aber du meinst, wenn du auch was. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ganz brauche ich. Abum! Ach, Schade! 4 Bulldog! Ja, die haben ja alle, sie haben! Ich kann jetzt noch! Okay, komm! Oh, nein, verklebt! Abum! Hey, und euch auf einmal so viel Geld. Michael, auch. Leider nicht bereit. Ne, das war'm. Nicht genug Vespin-Gas. Durchgeladen und entsichern. Oh, es geht los. Oh, Stalker. Das war's, du lauter und alles. Oh, das war's. Einer. Es kann losgehen. Helving defense. Entschuldigung. Game ended. Bei der Anlage, da hast du Expressen verloren da. Da bist du genau wegen Tanks und Kolossi reingelaufen. Mein letztes Spiel mach ich noch mit ansonsten. Mein letztes Spiel mach ich noch mit ansonsten. Irgendwie, wir sind am Anfang zu passiv. Wir kommen, wir sind immer in, 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 in Verteidigungsmodus. Und wenn wir zu aggressiv sind, dann... Ja, was willst du machen, wenn's re-expandiert? Da kannst du nicht mehr angreifen. Ja. Du musst es mal so sehen. Wenn du aggressiv bist, Wenn du einen Schaden machst, dann bist du tot. Ja, wenn du defensiv bist und aufs Maul kriegst, bist du auch tot. Ja, also irgendwie kriegen wir... Game started. Also pass einfach auf, dass du nicht aufs Maul kriegst. Ja. Das vorhin war ja One Days einfach von jedem. Einfach Armee aufgebaut, angegriffen und gewonnen. Ja. Aber was ich gut finde, ist, zum Beispiel, weil viele... Eigentlich die Zerlinge sind nicht dafür da, äh... In solchen Situationen sind sie entweder zu Ablenkung oder die eine greifen an und die Zerlinge versuchen rein in die Basis zu kommen. Ja. Stau? Birgäng. Ich denke, ich bin in die Basis. Ich bin da. Sie müssen eigentlich schon vor, ich bin da. Ich bin da. Und da. Ich bin da. WBF bereit! WBF einsatzbereit! Dann gehe ich doch diesmal weg. WBF bereit! Schlechte Neuigkeiten? WBF bereit! WBF einsatzbereit! Was nicht passt, was wichtig ist! WBF bereit! 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 Keine Zeit. Terra. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Upgrade durchgeführt WBF Einsatz bereit. Was wichtig hat? Was nicht passt wird... Schlechte Neuigkeiten? WBF bereit. WBF Einsatz bereit. Was wichtig hat? Kur zu. Von hier aus... Uah! Heigen ja schlecht! Aber sicher! Hatten! Ja! Benötige weitere Depots. Schlechte Neuigkeiten? Erweiterung. Fertig gestellt. Nicht genügend Mineralien. Jau! Nicht genügend Mineralien. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Was liegt an? Was nicht passt wird passend gemacht. Was ist das? Nicht genug Vespin Gas. Kommt noch was? Sicher! Ist das irgendwelcher Angriff? Viele Marine. Wir suchen... Wir suchen... Ah! Das werden wir doch. Shit! Nicht genug Vespin Gas. Nicht genug Vespin Gas. Uah! Heigen ja schlecht! Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Hör zu! Erweiterung. Erweiterung nicht genügend... ентовł. Nicht genügend Mineralien. Recht. Nicht genügend Mineralien. ... Forschung abgeschlossen. bbf einsatzbereit unsere verbündeten werden angegriffen aufgedankt und einsatzbereit bbf einsatzbereit erweiterung fertiggestellt sollen wir mal angreifen nicht genügend mineraien aber ich biete das an dass du da siehst upgrade bbf bereit nicht genügend unsere verbündeten werden angegriffen unsere verbündeten werden angegriffen warte 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 geh weg was machst du bbf einsatzbereit äh das passt auch gar kein problem ja aber ich fange du vergust alles bevor es läuft um den geysir herum damit du sie packen kannst benötige weitere depots benötige weitere nicht genügend energie unsere verbündeten werden angegriffen da bin ich dann bin ich jetzt benötige weitere depots benötige weitere nicht genügend energie unsere verbündeten werden angegriffen ja ich habe jetzt alles verloren, ach komm ah man verdammt warum hast du nicht gewahrt? unsere Verbündeten werden angegriffen aufgedankt und einsatzbereit ich habe alles verloren ja, was meine ich schon? ja, warum hast du nicht gewahrt? du hast alles, selbst alles verloren ich habe alles verloren ja, es war eine Handvoll Zerklinge, das war überhaupt nichts ja bbf bereit was liegt an? aha bbf einsatzbereit was wichtig jetzt? was nicht passt wird passend gemacht was? was ist los? bbf bereit nicht genügend Mineralien aufgedankt und einsatzbereit bbf einsatzbereit bbf wird bbf einsatzbereit was ist das ziel? bbf einsatzbereit bbf einsatzbereit bbf einsatzbereit bbf einsatzbereit WBF bereit! Ab die Post! Wann geht's los? WBF einsatzbereit! Jo, hilfst du mir das hier einnehmen? Ja. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Jeder schon! Wann geht's? Ich höre! Lauter! Was jagt mir hoch? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Update durchgeführt. Was gibt's? Machen wir in die Hölle Eis! Schießen Sie los! Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Oh, hier sind noch mehr dabei. Kannst du die Platte machen? Ich hab leider nur die Tanks. Ich kann kommen, aber es kann aber da nicht wissen. Hier ist der Tor! Machen wir in die Hölle Eis! Eine Main oder was? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Bei mir und bei dir. Bleibt eine da! Darf sonst noch was sein! Wo ist die Action? Schießen Sie los! Nicht genug für Spin-Gas. Basis wird angegriffen. Mist! Deine ganzen Upgrades abgebrochen. Was ist das Ziel? Ich bin Heavy Metal! Ich bin Heavy Metal! Grund! Was ist das Ziel? Eben die Meryvacs noch? Es gab noch zwei Ball! Da kommen sie! Hier kommen sie auf! Ich geh in der Mitte! Kann ich sofort 100 bauen? Boah, die sind tot. Die sind so dermaßen tot. Ja, komm. Er ist ein nach Hause zu tun. Ich verstehe das richtig. Die sind so dermaßen schlecht. Alles. Basis wird angegriffen. Unsere Flüchtlinge, Basis, wird angegriffen. Ich steck ganz schön in der Klemme hier. Unsere WBFs werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wo ist die Action? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Echsen in der Mitte. Ja. So, ich habe jetzt den Bloodlord. Das ist das Einzige, was ich jetzt auf die Beine stellen kann. Ist ja über der Klemme verliert. Basis wird angegriffen. Wir sterben. Einer schreckt. Was nicht passt, wird packen. Machen wir ihnen die Hölle, Eis. Ich bin schon unterwegs. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir leben ja immer noch. Schlechte Neuigkeiten? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Okay, der andere hat wieder ein bisschen was verloren. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Also, die haben schon einige der Einheiten verloren, äh, Produktion. Ja, meinen Winkel wird angreifen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh, der hat so viele... Forschung abgeschlossen. Positiv! Unbedingt! Was nicht passt wird... Ich höre... Ähm... Ich stecke in Schwierigkeiten. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Upgrade durchgeführt. BBF bereit! Wann geht's los? Okay, der eine Protoss hat schon einige verloren. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir verlieren meine ganzen... Wir verlieren die alle. Ich will hier meine ganzen... Wir verlieren die alle. Ich habe noch eine. Ähm... Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich habe keine mehr. Boah! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Boah! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Und da oben ist ein Strolls. BBF bereit! Aber wir haben ihn auch. BBGC, wie sieht es bei dir aus? Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. BBGC? Ja, ich habe Forst so gut wie nichts. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Ich war schon so gut wie tot. BBR1 1 ist bevorreich. Unsere BBR1 1 wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich höre da noch auf. Game Ended. Okay, dann schauen wir uns in die Woche. Willst du noch ein 2 gegen 2 machen? Ja. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, dass wir... Ich verstehe nicht. Ich bin so schlecht. Es kostet mich so der Maße. Ich kann mich nicht so richtig in alle Richtungen konzentrieren. Ich fange irgendwas an und dann lasse ich alles anders liegen. Ich hätte zu viele Ressourcen, hätte ich doch mehr Art mehr bauen können. Der eine Brotos konnte nichts mehr bauen. Ihr habt alles voll und... Ich kriege... Bis zum nächsten Mal. Was nicht passt, wird passen. Wenn du den Eingang behalten kannst, ich würde extra Woloschi machen. Okay. Dann kannst du den Gold nehmen. Warten! Wird ihr Macht! Nicht genügend Mineralien. Jawoll! BBF einsatzbereit. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Aha, die ist ganz genau. Nicht genügend Mineralien. Wir haben noch eine Probe in der Falle. Wir haben noch eine Probe in der Falle. Nichts Hartmann. Nur hinzuzu! Das ist doch verrückt! Was liegt an? Unsere BBFs werden angegriffen. jetzt deine exe aber er hat nichts unsere verbündeten werden angegriffen durchgeführt unsere verbündeten werden angegriffen nicht genügend Mineralien ein Loverloge kommt noch was? Abmarsch bereit! BBS Einsatz bereit! nicht genügend energie benötige weitere depots unsere verbündeten werden angegriffen nicht genügend energie warum hat was in dem Block los? genau dann gucken wir mal nach jetzt hab ich nicht kaputt das kriegen wir nicht so schnell kaputt da kommen Units raus gleich wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen ganz kaum noch erwarten BBS bereit gut gemacht erweiterung fertiggestellt Abmarsch bereit nutz BBS Einsatz bereit nicht genügend energie nicht genügendоре nicht genügend nicht genügend Abmarsch bereit BBS ärgerung bis Nicht genügend Energie. Nicht genug Vespin-Gas. Schlechte Neuigkeiten? Renötige weitere Depots. BBF bereit. Schon erledigt. Kein Problem. Was ist wichtig jetzt? Jupp. BBF einsatzbereit. Laut und deutlich. Lass die Felder los. Bestätigt. BBF bereit. Proaches? Ich habe jetzt bald Colossos. Ziele erfasst. Colossos wird krachen. Schlau. 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 Feuer frei. Die kommen nicht weit. Das wird lustig. Na das wird ein Spaß. Durchgeladen und entsichert. Schon erledigt. Mayday. Okay. Maschinen laufen. Hier komm ich. Ja? Waffen greifen. Du wem noch keine Kraft. Ah oder so. BBS bereit. BBS bereit. Lass die Hölle los. Erweiterung fertiggestellt. Roger. Los, los, los. Gehm an. BBS einsatzbereit. Nicht genügend Energie. Benötige weitere Depots. Benötige weitere Depots. Kannst kaum noch erfahren. Abmarsch bereit. Verstanden. Bin ganz ill. Wird gemacht. Gut. Benötige weitere Depots. Tief. Wird schon nachs. Kommt der Arnte. Verteidige mal am Eingang mit. Jaja. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Wird ja nicht. Rutsch ihn laufen. Aber ich glaub die gehen. Die er oder so was. Sonst erklärt sich das nicht. Wird ja nicht die... Mach mal mit, dass es kaputt ist. Jaja, ich komm. Oh, die kommen jetzt rein. Scheiße. Die Selle sind rein. Bei dir auch. So, wie sieht es aus? Wollen wir mal einen angreifen oder früchen? Was los ist? Forschung abgeschlossen. Ich bin ganz ohr. Melde mich zurück. Jetzt geht's rollen. Kaboom Baby. Aha, hier ist ein Exo. Bestätigt. Sie kommen nicht weit. Lass die Hölle los. Man muss nicht sparen. Das wird lustig. Ziele aufhören. Oh, es geht los. Alle frei. Verstanden. Laut und deutlich. Schon endlich. Aufhören. Generalienfeld erschöpft. Melde mich zurück. Ich brauche mal ein bisschen Aufklärung. Wir brauchen Aufklärung, um den Schleim wegzumachen. Hey, komm rein. Die haben nicht so viel drin, deine Benjis. Ich auch. Jaja. Die Benjis sind sehr am krank. Waffen bereit. Wir könnten ihr etwas Hilfe gebrauchen. Ja. Bestätigt. Da haben mittlerweile überall Aufklärung gebaut. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Was liegt an? Ja, ja. 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 Okay. Wir könnten ihr etwas Hilfe gebrauchen. Kaboom Baby. Jawohl. Aber sicher. Melde mich zurück. Bestätigt. Bin gleich da. Mineralienfeld erschöpft. Hier komm ich. Gleich knallt. Kaboom Baby. Mayday! Mayday! Oh ja 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 ja. Unsere Verbindeten werden angegriffen. Game ended. Replay saved. Huefult. Echt. Hei. Es seht ihr endlich auf. Laus. Hut. Uff. Töne. Töne. Oh. ... ... ... ... Was wichtig jetzt? WBF bereit. WBF einsatzbereit. WBF bereit. Nicht genügend Mineralien. WBF einsatzbereit. Machen wir dasselbe? Expandierst und... Ja, aber es ist ja nicht zu offen, weil im Bezirk kann überall reinkommen. WBF bereit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Was nicht passt, wird passend gemacht. WBF bereit. WBF gesetzt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. Muss man für lohnen, da hinten an dem Steinbaum. Ja, ja. Also der hat ja noch keinen Pool gesetzt. Deswegen hab ich... In der Hangar. Wir hätten vielleicht ein bisschen pushen sollen. Nicht genügend Mineralien. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Bbf bereit. W-Bf bereit. Wann liegt an? W-Bf einsatz bereit. Abmarsch bereit. Da kommt schon was. Was nicht passt, wird passend gemacht. Basis wird angekappt. Auffassend eventuell verlieren, wenn es umkommt. Auffassend, die sind vorne. Zumachen, zumachen. Ich brauche noch zwei Minuten. Produktion. Ja. Los, los, los. Hier kann ich nicht bauen. Ah, nein. Da kommen die Beendungen. Da kommen die Beendungen. Ich brauche noch zwei Minuten. 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 Da hinten wollen wir den Stein kaputt machen. Und wir haben da wettend. Ja gut. Das ist nur mal vorne. Wollen wir nicht nach vorne? Ja. Ja? Wann los? Moment, ich warte bis mein zweiter Volk raus ist. Nicht genügend Energie. Sind noch die Berserker mit, die du da hinten rumstehen hast? Ja, die hol ich dich nochmal wegen der... Ja, bis die das kaputt sind, kannst ja wieder neue bauen. Nicht genügend Energie. Okay. BBF einsatzbereit. Nur zu. Ab hier. Scheiße, ich hab was verloren. Jupp. Okay. BBF bereit. Hast du was? Abmarsch bereit. Reißen wir an? Ja. Okay. Woraus soll ich ballern, Sir? BBF einsatzbereit. Wie länger du wartest, umso geringer wird unser Vorsprung. Sollen wir warten oder was? Nein, wir sollen nicht wappen, wir sind angreifend. Ja, ja, das mein ich ja. Aber du wappest ja schon eh. Nee, ich bin schon vorne. Nein, du hast doch jetzt zwei Minuten gewartet. Ich schicke ein paar Beserker zur Exe und weiter zu. Wir müssen zusammenbleiben mit deiner Armee. Wir müssen zusammenbleiben mit deiner Armee. Ja, aber ich muss auch im Zinsatz nachbauen. Deine Armee macht grad gar nichts. Und jetzt gehts. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Das nicht passt, was passend gemacht. Ja. Er kann ich nicht bauen. Abmarsch bereit. Los geht ab, los, entsichert! Ganz kaum noch, Herr Mauch! Wir können hier etwas Finker gebrauchen! Hier, da nicht! Seht ihr! Und raus, Herr Mauch! Warum nicht? Ganz kaum noch! Unsere Verbündeten werden angegriffen! Positiv! Unsere Verbündeten werden angegriffen! Juhu! Nicht genügend Energie! Verweiterung fertiggestellt! Wir sind mit einem zusammen auf die Zerg-Exer! Oder hast du zu wenig? Boah, ich hab noch was! Da ist auch noch ne Zerg-Exer! Ja! Warte mal ein bisschen, wenn wir... Ich weiß nicht, was du hast, wie's bei dir aus! Was riecht an! Dafür ist gleich die ersten Baume-Mode! Oh, wir sind bei mir da! Nicht genügend Energie! Jetzt geht's und! Los geht's! Na wo geht Berserker rein? Berserker? Nicht auf mehr Füße! Berserker! Nicht auf mehr Füße! Berserker! Nicht auf mehr Füße! Berserker! Berserker! Ich kann es doch nicht einhalten. Ich kann es kaum noch erwarten. Gleich knallt. Lass uns krachen. Ich bin schon unterwegs. Mineralienfeld. Los, los, los. Abmarsch bereit. Der Terra ist nur 1-Bate, hab ich? Sein, dass er schon wieder expandiert hat. Komm, wir gehen jetzt mal dahin. Ganz kaum noch erwarten. Wo? Da. Hier komm ich! Benötige weitere Depots. Schlechte Neuigkeiten? Ja, kann ich nicht bauen! Benötige weitere Depots. Benötige weitere Depots. Benötige weitere Depots. Und dann weiter in die Main. Benötige weitere Depots. Abmai, buchgefühl. Forschung, abgeschlossen. Boa! Nein! Scheiße, ich bin nicht verlassen. Das war mal... Aber, was geht mal? Ach, durchgeladen und entsichert! Los, los, los! Hier, verlozen! Kommt noch leicht, Knallz! Muss ich hier alles alleine machen? Ihr könnt euch... ... abgeschlossen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Dann komm doch ab! Game Ended Replay Saved